Die Gruppe ist ein Quartal Glänz, ein Serkan-Turkürz, ein Niklas Körber, ein Maximilian Stahl. Gratulationen an Galilou Conti, die Kapitän Norbert Burkard. Norbert Burkard steht bereits, um den Pokal aufzunehmen und investigierenden Bürgermeisters von Berlin, um den Weg nach entgegenzunehmen. Für die Barsch-Pokal-Säger. Tschüss! Gratulationen vorstellen, wo ich Sie bitte ganz herzlich den Präsidenten des Berliner Fußballverbandes, Herrn Schulz, den Regierungen-Bürgermeister von Berlin, Herrn Kai Wegner, von unserem Titelsponsor Cosivasch, Karl Nürnberg, sowie die Präsidialmitglieder Spielausschuss, Joachim Gärtner und Schiedsrichter Alexander Kreuzer. Willkommen zunächst zur Ehe-Rom. Applaus 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 Applaus